Was bisher geschah? Oh Gott, nein! Mutter! Mutter! Darf ich vorstellen? Jacqueline Nadler, Präsident. Das waren Sie? Sie waren die Königin von Atlantis? Ja. Ich kann nicht sterben, Nerven! Komm! Ich glaub, dieser Stein öffnet die Tür. Die Tür könnte eine Falle sein. Wir sitzen fest! Amanda! Ich glaube nicht, dass Amanda dort gestorben ist. Licht! Du hast alles ruiniert! Bring jetzt endlich Licht in die Sache, oder ich töte dich hier auf der Stelle! Ich gesagt... Wo ist meine Mutter? Avalon! Sie ist nicht tot! Aber das hat die Tür nicht immer noch glücklich gemacht. Ich sage! Nur, ich habe ihn nicht mit. Aber das hat mich vorgestellt... Schlecht!